Anyway, Douglas Engage jetzt und der Albonus bereits 1HP, wird runtergechastet, aber jetzt Flash Engage, wieder ohne Schockwave, die kommt sehr spät, quasi Flash zu spiel, wir runterkriegen von der Yuya und jetzt ist Douglas gefragt, Douglas der Mainman, da wird hier für Photon, Photon jetzt auch mit Wukong, in Segel reingeskate, Triple Kick, Quadra, Kick, Pentacle-Engel, geklaut, Hildesang, du Arschloch, was? Hildesang, du B****, du Sticken-B**** Makrele, du B**** Mistmade, du vergammelte Obst-Gemüse-Birne, oooohh, Wukong, Pentacle, wie kann man so stinken, wie kann man so schläglich sein, oooohh, wenn ich Photon wäre, ich würde aufstehen, rüberlaufen, B****, in die B****, sage ich, Junge, oooohh